Moin. Hä? Kalt. Brille auf, das kann nur eins bedeuten. Da ist der Crazy Boy. Es ist Montag und weil wir diese Woche viel vorhaben, gehen wir jetzt, weiß er noch gar nicht, hab ich noch gar nicht erzählt. Wir gehen jetzt Materialien kaufen, weil wir diese Woche einige coole Videos drehen wollen, für die wir andere Materialien brauchen. Also ab ins Auto. Der Dino muss sein. Smash dich jetzt direkt in dein Auto hinten rein oder? Ich hoffe nicht für dich. Wir sind ein bisschen gefahren, haben unseren morgendlichen Talk gemacht und Lukas hat mir gesagt, er hat etwas vorbereitet. Lukas, was hast du vorbereitet? Sag es mir. Ein paar Fragen in der G-Class. Was hältst du davon? Chillig, chillig. Hau mir die Fragen um die Ohren. Wir fahren nämlich noch ein bisschen länger. Okay. Ja, die erste Frage wäre, Brot oder Porridge zum Frühstück, abgesehen von dem Vanillekaffee? Äh, soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich weiß nicht, was Porridge ist. Na, was im Ernst? Ja, Mann. Was? Ist das nicht so ein Brei? Ja, genau. Das ist sowas wie Haferflocken, nur pulverisiert, glaube ich. Also da bin ich nicht dabei. Ich bin dann wohl eher der Typ Brot, aber tatsächlich frühstücke ich gar nicht. Tolle Antwort. Das ist es. Das ist es. Okay, nächste Frage. Hatte es einen speziellen Grund, warum du aufgehört hast, Alkohol zu trinken? Das hat einen speziellen Grund. Ich habe keinen Bock auf Kater. Also ich habe früher, ich habe ja einen interessanten Lebensweg hinter mir und habe auch viel Musik gemacht und habe dementsprechend auch das Partyleben für mein Empfinden genug ausgereizt für ein Leben. Und irgendwann kam einfach der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Kater. Ich möchte samstags aufstehen und ich möchte auch sonntags aufstehen und einfach voll durchpowern können. Und ja, da war die Konsequenz zu sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, brauche ich keinen Alkohol. Ich trinke lieber ein Glas Cola. Coca-Cola, sponser mich, bitte! Ich habe es nötig. Also nicht das Geld, aber vor allen Dingen den Zucker, den habe ich nötig. Ich denke, wir können noch eine machen. Von wann hast du deinen Siegelring? Von wann? Von wem? Von wann? Von wann? Von wo? Von wo? Was? Es ist noch früh am Morgen. Das ist eine Fangfrage. Von wo habe ich den? Ich habe den anfertigen lassen. Das ist ja von einem Goldschmied. Also, ich hätte ihn auch gerne selber gemacht. Ich möchte auch mal einen Ring selber machen, aber der ist jetzt einfach von einem Goldschmied selber gemacht. Ja, unspektakulär die Antwort, ne? Tja. Geiler wäre irgendwie, wenn ich gesagt hätte, das ist ein Erbstück in der 200. Generation, aber ist es nicht. Ich habe ihn einfach anfertigen lassen. Okay. Ja. Gut. Ah! Ja, die rote Ampel können wir jetzt mal wieder für ein, zwei Fragen nutzen, oder? Was sagen Sie dazu? Geht. Als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz. Ich bin nicht dabei. Ich fahre nur. Wie geht es dir nach deiner Augen-OP? Würdest du es wieder machen? Ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil ich zumindest schon mal keine Hornhautverkrümmung mehr habe. Und jeder, der eine hat, weiß, dass das schon crazy blöd ist. Ich kann nicht so gut gucken. Also, ich dürfte safe und... Also, ich weiß, dass ich ohne Brille nicht Auto fahren dürfte. Aber es ist trotzdem... Wenn man richtig schlechte Augen hatte, so wie ich, ich habe viel gewonnen. Vielleicht muss ich nochmal nachlasern, wenn es geht. Wenn es nicht geht, bin ich trotzdem zufrieden. Es ist jetzt kein voller... Ich bin jetzt nicht neu geboren oder so. Aber es ist trotzdem ein Eis. Ja, immerhin kannst du ohne Brille Tischtennis spielen. Immerhin kann ich... Ja, guck. Siehst du. Ohne... Ich kann ohne Brille Tischtennis spielen. Crazy. Früher konnte ich ohne Brille wahrscheinlich mal Zähne putzen. Wo ist mein Mund? Wo ist das Ding? Jetzt mal eine sehr persönliche Frage. Oh Gott. Wie viele Tattoos hast du? Haben die Bedeutung oder nicht? Frag mich jedes Mal, wie viele du hast. Wie viele habe ich? Eins. Fängt hier an und hört bei meinem großen Zeh auf. Also tatsächlich gibt es... Ich glaube, ich habe noch so zwei größere Stellen, die frei sind. Die geht so von meinem Oberschenkel nach hier oben so ein bisschen. Und die andere große Stelle, die frei ist, ist mein Hintern. Das war es. Ansonsten habe ich halt nur so... Ich weiß gar nicht. Ich habe hier am Oberarm noch so eine ganz kleine Stelle. Aber ansonsten bin ich von Kopf bis Fuß vollgedonnert. Das stelle ich mir lustig vor. Deinen Arsch zu tätowieren. Liegst am Tätowierer. Die Backen erstmal frei. Aber ohne Scheiß. Seitdem ich mich tätowieren lasse, bin ich halt ein Mega-Fan von diesen traditionellen japanischen Bodysuits. Und ich weiß nicht, wie viele Abende wir in unserer WG gesessen haben und uns gefragt haben, bis wohin gehen die? Bis wohin geht das? Also geht das wirklich über den Hintern rüber? Wie weit geht das an den Hintern rein? Und ich habe bis heute vielleicht auch zum Glück keine Antwort gefunden. Aber ich frage mich das seit Jahren. Tja, und wenn die Leute die Vlogs weiterverfolgen, vielleicht... Vielleicht findet ihr es ja heraus. Ich glaube, er hat nicht. Aber... Also ich habe nicht mehr viel Platz, aber ich habe viele Tattoos. Und die meisten haben keine Bedeutung. Ich halte davon nicht so viel. Und wenn wir nochmal beim Thema Tattoos bleiben. Was haben deine Tattoos bisher gekostet? Oh, 6 Millionen. Money, 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 money. Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich es einfach nicht weiß. Das ist so wie bei der Werkstatt. Für mich hat es überhaupt keinen Mehrwert zu sagen, ich habe 20.000 Euro für Tattoos bezahlt. Das ist jetzt eine Fantasiezeit. Ich weiß es nicht. Aber ich will es eh machen. Also warum soll ich jetzt eine Liste führen, wie viel Geld ich bezahlt habe? Weißt du, wie ich das meine? Ist so eine ganze Menge. Aber wie viel, weiß ich nicht. Das ist ja wie bei irgendeinem Hobby. Ja, genau. Irgendwann ist es einfach egal. Wenn man es haben möchte oder wenn man es braucht, dann kauft man es. Ja, und man macht es ja auch nicht, um zu sagen, ey Digi, weißt du was, was mein Bodysuit kostet? Richtig viel, Mann. Sondern ich mache das für mich. Und wenn eine Sitzung 800 Euro kostet, kostet sie 800. Wenn eine Sitzung 0 Euro kostet, weil es ein Kumpel ist, dann kostet sie 0. Also ich achte da nicht drauf. Deswegen kann ich das leider nicht wirklich beantworten. Aber wahrscheinlich schon ein bisschen, schon ein paar Euro. Wow, danke für die Federung, G-Klasse. Bandscheibenvorfall vorprogrammiert. Jeder, der sagt, G-Klasse ist bestimmt locker komfortabel. Easy. Fährt sich wie ein Kissen. Ja, wie mein Golf 2. Fährt sich wie der Golf 2, ja. Ja, dann machen wir gleich mal weiter. Wir sind ja schon fast da, ne? Wir sind schon fast da. Ich kann es schon mehr oder weniger sehen. Wir sind jetzt da. Und ich habe gerade schon zu Lukas gesagt, letztes Mal, als ich hier mit Flo hingefahren bin. Ich kann schon mal aussteigen eigentlich. Oh, der Schlüssel ist scheiße. Das letzte Mal, als wir hingefahren sind, haben wir uns megamäßig gefreut und waren so, boah, hier mit der G-Klasse cool. Und dann kam einfach ein G63 vom Brabus. Jetzt sind wir eigentlich mit dem Fokus los. Und wir haben echt ein bisschen abgelitten, weil der war natürlich deutlich cooler als unser Auto. Also wir sind wieder hier, da oben bei Kammmeier in Garbsen. Ihr fragt jedes Mal, wo ich da bin. Da. Ihr kriegt von denen kein Geld. Aber das ist halt im Prinzip der einzige Laden hier in der Nähe, wo man Festool und Co. in echt kaufen kann. Deswegen gehen wir jetzt da rein und kaufen kein Festool. Wir brauchen ein neues Segenblatt. So, Herr Winkler, sind Sie bereit für die nächste Fragerunde? Ich bin bereit. Sie haben noch den Publikumsjoker, den Telefonjoker. Ich wähle den Publikumsjoker. Okay, was macht dein Kameramann, wenn du oftmals filmst? Ja, was machst du dann? Ja. Also meistens, wenn ich filme beim Vlog, so wie in einem der letzten Vlogs, arbeitest du und lackierst zum Beispiel Schränke. Oder du schneidest. Oder du hast frei. Ja, oder ich tue einfach so einen Vlog, als wenn ich irgendwas sehe. Ja, oder du stehst einfach irgendwo so. Ich warte einfach ab. Wenn mich keiner ruft, bin ich auch nicht da. Hauptsache manchmal ist das so, du stehst mit der Kamera und dann versuchst du aus dem Bild zu gehen. Ja, und dann schnapp ich dich. Du drehst die Kamera wieder so um und ich stehe einfach so und mache gar nichts. Und du denkst mir so, okay, was sollen jetzt die Leute denken, was wir hier machen? Ja, perfekt. Ich schnapp dich immer im richtigen Moment. Nein, also normalerweise arbeitet Lukas. Was soll er sonst auch machen? Ja. Oder trinkt einen Kaffee? Ja. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir eigentlich den ganzen Tag durchfilmen. Ja. Kurz Pause machen und hat Lukas auch irgendwas mit Holz am Hut oder filmt irgendwo? Ich bin auch bekanntlich der Lackiermeister. Lukas ist der Lackiermeister und vor allem auch der Silikonmeister. Ja. Hat jetzt nicht so viel mit Holz zu tun, aber bei unserem Waschtischschrank, hallo, warum fahren sie nicht? Da hat Lukas die Silikonfuge gezogen, weil, ja, du kannst ja selber sagen, was der Hintergrund ist. Ja, so, eigentlich bin ich gelernter Anlagenmechaniker. Gas, Wasser, schöne Bäder. Also nicht unbedingt ein Holzbogen. Nee. Wie geht's dir eigentlich? Ja. Ich hab Magenschmerzen ohne Ende, wenn ich ehrlich bin. Also, wie geht's dir? Achtung, emotional breakdown. Ach, mir geht's so schlecht. Also, mir geht's gut. Aber, und das ist nicht überraschend. Ich arbeite seit Jahren sieben Tage die Woche und das geht voll klar, aber zwei Kinder ist ein ganzes Next Level. Das ist ganz andere Arbeit. Also, ich bin schon müde im Moment, das kann ich nicht leugnen, aber mir geht's trotzdem grundsätzlich gut und ich bin sehr glücklich und dankbar, dass ich trotz aller widrigen Umstände die Möglichkeit hab, mein Leben weiter zu verfolgen, aber auch zum Beispiel Lukas einzustellen, mit Lukas geile Sachen zu drehen, für euch geile Sachen zu drehen und insofern bin ich sehr glücklich. Okay, perfekt, denn das wäre die nächste Frage, ob du glücklich wirst. Ich bin sehr glücklich, ich hab noch viel vor in meinem Leben und das... Der Fokus hat gar keinen Bock. Der Fokus hat nichts in seinem Leben vor. Ich hab noch viel vor und manchmal bin ich wahrscheinlich wie jeder andere Mensch, dass ich mir denke, Gott, ich wär gern schon einen Schritt weiter, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr glücklich und ich hab für mich vor allen Dingen festgestellt, für alle, die sich das auffragen, es macht sehr glücklich, andere Leute glücklich zu machen und deswegen ist, das hab ich grad schon gesagt, eine der größten Freuden in meinem Leben ist es eigentlich, meinen Angestellten einen geilen Lohn zu zahlen. Das klingt total dumm, das hätte ich vor zwei Jahren, hätte ich gesagt, ich will nie Angestellte haben und heute muss ich sagen, es ist mega nice, also ich freu mich da sehr drüber und es gibt mir viel zurück. Also ich find so die Idee, dass man sich über die nächsten Jahre zusammen weiterentwickelt, Formate entwickelt, die Unternehmen, alle wie sie sind, wachsen, man hat zusammen mehr Möglichkeiten, wir haben ja schon gesagt. Kleiner Spoiler, vielleicht dieses Jahr Weihnachtsfeier in den Alpen, wenn's geht, das sind halt Ziele, die nicht nur mich betreffen, sondern alle anderen um mich herum auch, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite. Und das find ich ultra geil, also das find ich einfach richtig, richtig nice. So wie die Tischtennisplatte. Es macht alleine Spaß Tischtennis zu spielen, aber jeden Tag mit seinem Angestellten Tischtennis zu spielen ist halt viel geiler. Das macht richtig Bock. Ja, das unterschreibe ich. Was ist denn deine größte Angst? Boah. Oh, mein Herz. Ich weiß nicht, das ist eine schwierige Frage. Ich hab nicht so viel Angst im Leben eigentlich, weil ich eigentlich immer davon ausgehe, dass es ja irgendwie, auch wenn's richtig kacke ist, weitergeht. Und wir hatten ja anfangs schon mal die Frage, hey, warum trinkst du keinen Alkohol mehr? Also, ich glaub, ich weiß schon, wie es ist, wenn's richtig kacke ist. Und ich weiß auch, dass ich das schaffe, das wieder umzudrehen. Und das gibt mir eigentlich viel Sicherheit. Also, was ich natürlich als Sorge hab, wenn jetzt alle meine Unternehmen oder alles, was ich mache, scheitern würde, dann würde es mir sehr schwer fallen, jetzt zum Beispiel dich zu feuern und zu sagen, ey Lukas, tut mir mega leid, aber ich kann einfach nicht. Da hab ich Angst vor, auf mich persönlich bezogen, eigentlich nicht, weil ich mir ziemlich sicher bin, selbst wenn ich komplett scheitern sollte, was mir schon das eine oder andere in meinem Leben passiert ist, krieg ich das irgendwie wieder hin. Und deswegen, ja, ist das eine gute Antwort? Ist das eine Antwort, die schlüssig ist? Ich hab keine Ahnung. Ja, schon. Halbwegs. Also, ich bin eigentlich so eine Art Braveheart. Okay. Wir sind, sieht man nicht, steht ein Lieferwagen bei Thom und neben uns ist einfach Tuck. Mein Kumpel Tuck sitzt im Auto. Richtig crazy. Wir haben bei Kammer was gekauft, was zeigen wir gleich. Wir gehen jetzt hier rein und kaufen da noch was. Was erratet ihr es? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Und ich denke vorher quatscht mir noch mit meinem Kumpel Tuck, den ich ewig nicht gesehen hab und jetzt steht er einfach genau neben uns. Voll konzentriert. Ja, man, weil ich was vergessen hab. Das ist mega scheiße. Okay. Ich hab's grad schon gesagt, wir waren jetzt gerade bei Thom. Ich hab aber eine essentielle Sache vergessen, deswegen müssen wir jetzt noch zu einem anderen Baumarkt fahren, weil es mir Turbo unangenehm wäre, jetzt in den gleichen Baumarkt nochmal zu gehen und an die gleiche Kasse zu gehen, ein Teil zu kaufen. Ja, Jonas wegen Kleid, der vergisst nie irgendwas. Peinlich der Typ, was für ein peinlicher Typ. Ja, wenn wir schon mal hier im Auto sitzen. Digi, was macht eigentlich dein Porsche? Jo, gute Frage. Der ist in der Werkstatt. Am Freitag habe ich auch den ersten Call bekommen. Ist ihm bewusst, dass das Auto in keinem guten Zustand ist? Ist ihm bewusst, dass das Auto grau ist? Ja, nein, das ist mir nicht aufgefallen. Der Typ so, ja, vorne im Kofferraum, da liegen ja die ganzen Kabel frei. Und ich so, ja, ach nee, das weiß ich, das ist mein Auto, da hab ich ja auch schon reingeguckt. Ähm, wir wollten eigentlich den durchchecken lassen, weil die Motorkontrollleuchte leuchtet. Das hat er aber nicht gecheckt. Ich hab keine Ahnung, was mit dem Typen los ist. Er guckt sich das heute an, also am Montag, aber er hat sich noch nicht gemeldet. Ja, es geht schleppend voran. So, und nochmal die aller, aller, allerletzte Frage. Oh Gott, jetzt kommt's. Gönnt ihr euch auch mal Urlaub? Beziehungsweise, wie lange ist der her? Boah, wie lange der her ist, weiß ich nicht. Also so einen richtigen Urlaub, irgendwie so Skifahren oder ans Meer fahren. Boah, also Skifahren war ich bestimmt 10 Jahre nicht mehr. Und so richtig ans Meer, müsste ich mal Hannah fragen. Aber ich glaube, seitdem wir zusammen sind, haben wir das noch nicht gemacht. Aber wir sind auch schon bald 10 Jahre zusammen. Äh, tatsächlich wollten wir letztes Jahr in Urlaub fahren und wollten uns das auch so richtig gut gehen lassen. Aber Corona sagt nein. Und deswegen ist das letztes Jahr leider ausgefallen. Ähm, wir haben natürlich immer wieder so kleinere Trips nach Dänemark und so, die wir machen. Das ist auch ganz cool, aber ist halt nicht, also nicht so richtig, richtig Urlaub. Also im Sinne von, ich pflanze mich an Pool, ich esse den ganzen Tag. Und wenn ich gegessen habe und am Pool war, gehe ich nochmal einmal ins Meer und esse nochmal was. Ähm, ja. Ja, also ich hoffe, dass wir das jetzt bald mal machen. Ich habe da nämlich auch Bock drauf. Aber Corona macht es halt schwierig. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, vielleicht, vielleicht ist es ja die diesjährige Weihnachtsfeier. Das wäre allerdings noch ein Jahr hin. Also ich hoffe, wir machen Urlaub. Aber wenn es, also es ist auch nicht so schlimm, wenn es jetzt noch nicht diese Woche ist. Na gut. Na gut. Na gut. Was für eine nüchterne und traurige Antwort. Also Skifahren, das sehe ich uns auf jeden Fall. Ja, wenn ihr es wissen wollt. Lukas war ja gerade Skifahren. Das erste Mal. Und er hat gesagt, es war sehr nice. Ja. Ja. Ich habe auch mega Bock. Ich habe ja sogar einen Snowboard. Und da ich seit 100 Jahren nicht gewachsen bin, dürfte mir das noch immer noch groß gewesen sein. Es kommt irgendwann. Aber es kommen vor allen Dingen wahrscheinlich auch mehr Fragen. Stellt gerne immer mehr Fragen. Zu allem, was euch bedrückt, wollte ich schon sagen. Auch zu positiven Sachen. Muss ja nicht immer negativ sein. Wir fahren jetzt zum nächsten Baumarkt. Es ist einfach gleich schon zwölf. Den ganzen Tag vergurrt gefühlt. Und dann geht es in der Werkstatt weiter. Was ihr in einem nächsten Vlog oder auch in einem YouTube-Video seht. Und wenn ihr schon dabei seid, würde sich vor allen Dingen Lukas sehr freuen, wenn ihr den Abo-Knopf smasht. Denn 50% von euch sind keine Abonnenten. Das dürft ihr gerne ändern. Denn Abonnieren ist kostenlos. Also, ich fahre jetzt weiter. Wir stehen im Stau. Tschüss.